Die Gelsenjagd Der vergangene Winter war recht mild und daher wurde uns für dieses Jahr ein gelsenreicher Sommer prophezeit. Wenn Prophezeiungen auch selten eintreffen, so war diese von ausgesprochener Erfüllung geprägt. So kam es, dass an einem schwüllen Sommerabend meine Frau das Schlafzimmerfenster öffnete, um etwas frische Luft hereinzulassen und vergessen hatte dabei, das Licht abzudrehen. Als sie uns zur Nachtruhe begaben, war das Zimmer voll von diesen lästigen Insekten. Und da ich angeblich ein süßer Junge bin und auch süßes Blut besitze, ließen diese Viecher meine Frau völlig unberührt und sie flogen einen Sturmangriff auf mich. Los kann ich nicht, weil ich spür das Glück, das steigt schon langsam auf. Ich sag, dass das nicht geht, der Inspektor, der besteht ganz einfach Kraft. Wo es so los ist, außer Abends, Erden, Licht, die werden bei Überdosis schwingt. Liebe Karina, dann wünsche ich mir dir natürlich alles, alles Gute auf deinen beruflichen Lebensweg und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für deine hervorragende Arbeit, die du geleistet hast. Dankeschön. Aber dieses riesige Auditorium gibt dir ja recht. Und meine Damen und Herren, klatschen Sie mit mir unseren Ewald Reiter ein und ich darf dir herzlich zu diesem neuen Buch gratulieren. Danke, danke, danke. Dem Günther klatschen Sie ihn heraus, unseren Herrn Oberkellner, und ich möchte ihm dieses Buch überreichen. Danke. Danke. Applaus